So, weiter geht's. 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 Boah, vor dem Viech habe ich richtig viel Angst. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen ihn kämpfen, oder? Okay, okay. Einfach nicht anschießen. Sehr gut. Boah, ich glaube, der kommt wieder. Kannst du sie hören? Lass uns ein Stück zurückfallen. Wohin denn? Die halten so viel aus. Jawohl. Wohin denn? Ja, aber... Scheiße! Jetzt volle Kraft voraus, Artyom! Mir nach! Boah, was ist denn das für ein Zaun? Spür! Spür! Nein! Spür! 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 Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drehen. Wir sind gut. Halt, wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geld macht. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hin wollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Der arme Kerl, Mann. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Hier. Die haben den gerade einfach vermögelt. Das sieht nicht gut aus für uns. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Da muss mal einer den Kamayager rufen. Ja, das ist ein AK. Der wollte die mir ja geben. Wow. Hat halt alles leer geschossen der Typ. Die Frage ist jetzt auch... Ja, ich geh da mit rein und nicht nach oben. Was genau mach ich denn jetzt? Muss ich die Leute messern? Wurschen Messer. Da ist einer. Ist das nur Wurfmesser oder ist das nichts? Tatsächlich. Oh nein. Wie konntest du mir? Hä? Tolles Wurfmesser. Da stimmt was nicht. Was ist los? Was hast du denn für ein Problem? Was genau muss ich da machen? Abhauen wär jetzt... Nicht die... Nicht der Sinn. Schau mal hier. Genau, ich muss ihm helfen. Macht ja auch Sinn. Ich kann ja nicht einfach abhauen. Oben geht's nicht. Alter. Einfach schießen würde ich jetzt auch nicht denken, dass ich das machen soll. So, was dann? So, ich steh'n einfach Messer in den Kelln. Oh, was dann ist das? Oh, was dann? Ach, ich schreie. Vermeere. Es gibt's eine Messer. So, was dann? Oh, was dann? Boah Okay Äh, was? Das ist ja unfair Einfach ne Granate? Boah, da ist ja gar keine Muni drin Ich hab gar keine Muni in seiner scheiß A.K. Ey, wie soll ich das machen? Um Scheiß, der Volker Noch so ein Teil Was hab ich denn hier für Waffen? Die Shotgun? Oh Hä? Okay, Revolver raus Okay, also mit den Waffen schaffe ich das leider nicht Hm, was kann ich denn hier machen? Also mit vier Muni Vielleicht muss ich ja vorher looten Oh Mann, da sollte doch gar keiner sein Kann ich hier irgendwas looten? Muss doch so ein Depot geben hier Sonst macht das ja gar keinen Sinn So, sorry, mein Mausbett war Etwas überdreckt Ja, das haben die gehört natürlich Ja, das haben die gehört natürlich Ja, das haben die gehört natürlich Ja Oder die Granaten Ausprobieren Wow Die Reichweite ist ja mal mega kacke Und die Ich brauche mich denn hier hoch Ja, den ignorieren wir mal Wenn das geht Oh Gott Ich stand ja komplett offen so kann ich die akk vielleicht ist die akk ja so okay dass man nicht mehr braucht als viel schuss das sieht aber jetzt nicht so aus ich bin mir nicht sicher ob ich das hier richtig mal einfach durchballern komm ich probiere das auch mal mit der granate go go das hat leider nicht geklappt Boah, bitte stirb hier nicht Hä? Warum hatte ich eine Jacke an? Das ist doch so kacke, wie laute ich meine eigenen Steps her Dann erschecke ich mich immer und denke mir, da ist einer Äh, was? Boah Hier eine Granate durchschärfen? Na Das ist noch so blöd Oh Gott Was? Was? Ach komm schon Ja, ja, ja Selber Du hast mich fast in die Luft gejagt, du Schwachkoch Was? 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 Was?